Die Scheißbläume bitte! Setz auf den Scheißboden! Lama, Enteke, zeig her! Mach doch nicht auf, Bruder! Wow, Leute, was ich für einen Tag hinter mir habe. Ich bin heute Morgen nach Köln geflogen und jetzt gerade zurückgeflogen und werde euch jetzt was zusammenschneiden. Und zwar, was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal des Comment-Plates. Und bevor wir ein einziges Wort sagen, gebt euch mal bitte diesen kranken Clip, den ich gestern erspielt habe. Der Saft ist gut, der Rest ist nur ein Sniper. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Leute. Ich habe keinen Namen, was mit dem zweiten Typen los war, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, solche Kills will ich keinen öfter machen. Ja gut, das habe ich aber. Erstmal wollte ich mich bedanken, Leute, dass das letzte Video, und zwar gestern die Fortnite-Reaction so krass abgegangen ist. Fast 200.000 Klicks geschätzt, nach nicht mal 24 Stunden hatten wir, Leute. Das ist mega krass. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Danke für den Support. Diese Videos knacken auch an, dauernd meine Like-Rekorde. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und morgen wird dann wahrscheinlich DSDSN kommen. Aber, Leute, heute habe ich noch mit Monte und Elotrix gespielt. Und dazu habe ich jetzt ein paar Highlights zusammengeschnitten. Viel Spaß damit, Leute. Und lasst auf jeden Fall bei den Jungs ein aktives Abo da, sonst gibt es für Monte wieder einen Strike-Capper. Checkt auf jeden Fall auch Instagram ab. Da habe ich heute eine Story gemacht, wo ich so ein bisschen vom heutigen Tag geredet habe. Und viel Spaß beim Gameplay, viel Spaß bei der ganzen Sache. Ich war ein bisschen leise eingestellt in den Runden, deswegen kann es sein. Aber vielleicht ist es ja ganz gut, dass man mich nicht so gut hört. Viel Spaß. Na, Carsten, ich habe ein Mini-Shieldy für dich. Oh, noch hat jemand Minis. Ah, ich habe einen nächsten, gell. Hau dir rein, Marcel. Also, wenn ich Monte sage, meine ich Monte. Wenn ich Marcel meine, meine ich nicht. Ja, ist klar, Digga. Na, ich weiß ja nicht. Hier bei mir sind welche. Hier bei mir sind welche, Jungs. Oben. Ja, oben. Oh, Digga, weil er hat es geleckt, anders. Der baut sich jetzt runter. Oh, bitte mach nicht diesen. Ich komm zu dir. Ah, nee, das ist Carsten. Von wegen, der baut sich runter, der sitzt da, Junge. Ja, das warst du. Sorry, sorry. Woher soll ich das wissen, Digga? Und wieder bin ich tot, Digga. Ich quitte gleich so raus, Mann. Die Scheiß-Blau, bitte! Checkt auf den Scheiß-Baden! Bei Marcel sind mindestens drei Leute. Oh, Marcel, alle weg. Fieber! Oh, fuck, Mann. Hast du gesehen, Carsten, da fast das Three-Peace gemacht. Einer ist noch hier. Bitte, Monte. Ja, ich weiß, ich weiß. Warte, warte. Der will die wiederbeerleben, Monte. Er hat zwei Down gemacht und der letzte Slow. Unten, oder was? Ja, unter der Treppe. Genau vor dir. Genau vor dir. In dem Ding drin. Komm schon. Ja, bitte überleb mich. Ja, Digga. Du hast ja die ganzen Kills bekommen. Du hast ja nicht die Kills bekommen. Ach, weil er irgendwie revived hat. Ah, okay. Einen habe ich jetzt bekommen. Ich habe auch die ganze Zeit diesen Scheiß. Hier, Marcel, warte. Hm, oh. Ich habe nicht mal Dings. Nicht mal eine AR, by the way. Ich gehe doch zu meiner Leiche, Monte. Da liegt eine Graue. Warte, die nächste. Wollen wir nicht das Jump-Feld hier noch nehmen? Ja, ja, nutze ich auch. Ich habe auch noch eins. Aber das schaffen wir so. Du hast nicht zufällig eine AR für mich, ne? Nee. Hast du zufällig Shotgun-Munition? Warte, ich droppe hier einfach die her. Ja, okay. Ich hatte auch einen Shotgun. Eine Munition hätte ich gebraucht. Ja, sind doch 24 Schuss drin gewesen, Bruder. Es gehen ja nur ab. Achso, warte. Ah ja, sorry. Mein Fehler. Ja, Moin. Das war es komplett. Vor mir Gegner. Vor mir Gegner. Was denn noch nicht schießen, wenn du keine AR hast? Doch. Hol dir sofort. Hol dir sofort. Achso, ja. Ich wusste nicht, dass er eine AR hat. Alles klar, Digga. Ah, M4, aber ist egal. Hast du ihn? Nee, noch nicht. Jetzt. Nice. Boah, was der alles hat, Mann. Lecker. Da braucht auch keine AR. Aber ein MG, Digga. Nimm das MG mit. Nee, danke. Nee, nee, nee. Auf gar keinen Fall, Digga. Ich hatte das... Oh, warte. Bei mir ist einer, der ist aber, glaube ich, extrem schlecht. Ja, der ist extrem schlecht. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir noch einer. Was ist das, Mann? Stimmt doch jetzt, Alter. Was ist das, Digga? Ohne Witz, Mann. Ah, ja. Die Schlüsse Connect mal wieder nicht. Er hat einen Shot gefressen. Ja, ja. Er ist da auch beim Bäumchen, Alter. Rufst du? Naja. Warte, warte, warte. Er weiß nicht. Er denkt nur du bist da. Hab ihn, hab ihn. Er dachte so hart. Hast du alleine. Digga, wo waren die denn auch schon wieder looten? Da hinten auf dem Berg sind welche in O. Ah ja, ich seh sie, ich seh sie. Lass jetzt mal rein, Digga. Ja, wollen wir nicht hier lang gehen, weil hier crossen wir die, glaube ich. Ja, aber hier haben wir, wenn wir hier oben auf den Hügel gehen, High Ground. Die werden ein bisschen niedriger sein, denke ich mal. Ah, okay, Monty, das kann ich verstehen. Okay. Wir müssen auch aufpassen, dass es nicht von rechts jetzt welche kommen. Ja, das sind... Ich seh sie, sie haben mich noch nicht gesehen. Es sind zwei Gegner, hüpfen rum wie Bambi auf Koks. Ich pushe jetzt noch nicht. Einer genockt. Ja, warte, bleib du da, bleib du da. So, mein Freund. Nein, 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 nein. Okay. Hattet, 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 hattet. Nee, 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 der ist nach oben, der hat einen blauen Shot bekommen. Hui, hui. Der will einfach so den Damage reinhauen, ne? Da sind welche oben, warte, warte, ähm, 330, drei Stück. Ja, warte, nein, 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 das kann ich nicht riskieren. Okay. Die machen eine Action hier vor mir. Ja, da müssen wir auch hin. Ja, aber der eine ist weiß gewesen auf jeden Fall. Die pushen hoch. Einer ist runtergefallen. Hinter uns sind auch noch welche, das ist gerade das Problem. Die heilen sich. Ja, eine hat mich, oh mein Gott, wie schnell hat er mich geholt, Alter, was geht mit ihm? Der eine verpisst sich mit Jump Pad. Ach, er stirbt nicht, ja, moin, das war's komplett. Der Ehrenmann sitzt hier noch in irgendeiner Ecke, glaube ich. Brauchst du eine Schrotflinte? Guck dir das an, das ist ja unglaublich. Ja, 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 ja. Hätt mir nicht mal einen Schaden gemacht. Hier, mach's sein. Ich dachte gerade, du hast die, wie er sie wegnimmt, Digga, ich glaub's nicht. Ja, das ist Karma, aber ich werde ihn dir trotzdem legen. Ich habe einen großen Schildi für dich und einen großen Penis, der liegt hier an der Treppe. Ey, guckt euch das an. Hier, Digga, hier sind vier Gegner, fünf Gegner. Im Laden ist noch ein John Wick-Wichser. Noch einer, noch einer, noch einer. Wunderschön. Wuh, soll das mal looten jetzt, Monte, weißt du das? Genau so würde ich das auch machen. Die Lieder in der Automatik würde ich nehmen. Huch, da muss ich wo rausquitten, Digga, das konnte ich mir nicht angucken. Als Ob, Digga. Kenn ich nix, Digga. Nein, falsche Waffe in der Hand. Oh Gott. Finish in. Ja, muss ich finish in. Immer finishen, Marcel, mit unserem Mann. Oh, die. Lalalala, ein No-Skin. Oh, ist das ein Familienvater. Ja, das war so. Ich hab locker keine Materialien, ne? Ich muss aber sagen, der Skin hat schon heftigen Arsch in der Hose, ne? Was denn mit dem Gegner? Nein, das war's komplett. Das war's komplett. YouTube-Karriere beendet. Digga, das war's komplett, ne? Endlich so neu, warum holen wir so nicht verbannt rein? Digga, wie geil, du triffst dich erst mal im ersten Moment nicht. Und das ist einfach so eine Sekunde abliegen. Aber das ist mir auch schon passiert, wenn du die Waffen nicht sortiert hast. Ja, die, das ist so wichtig, Digga, dass du die Waffen sortierst. Digga, ich hatte halt keine Zeit dafür, die zu sortieren. Ja, ich weiß, was du meinst, Digga. Aber ist das geil, Digga. Und der trifft dich auch erst nicht, Digga, weil du dich geduckt hast. Boah, man, ist so viel Action. Digga, es freest immer so hart, Mann. Ich meine, wann soll das fixen? Irgendwo ist ne Falle, oder hast du die gelegt? Meine, meine, meine. Meine Falle. Okay, okay. Ich hab aber immer noch keine, äh, Waffe. Hat er irgendwann ne Waffe für mich? Ich hab einen oben gedauert mit meiner Falle. Mach oben mit, Jungs, nach oben. Der Master ist am Looten. Ja, weiß ich. Ich komm auch. Der wird irgendwo hier wiederbelebt, Digga. Ja, ich komm. Muss. Er wird wiederbelebt. Koch, Hilfe. Hab ihn, hab ihn. Schön, Jungs. Komm, Jungs, für mich als Belohnung. Willst du ne Air haben? Ja, irgendwas. Ich hab nur ne Pistole. Hast du Shotgun-Mini nicht zufällig? Äh, ja. Oh, dann tauschen. Nee, das ist, nee, hab ich nicht. Ich hab nur fünf Shotgun-Schüsse. Das ist bisschen blöd. Ja, Digga. Bei mir ist, äh... Ja, natürlich. Digga, wie du einfach abgehauen bist, Digga. Ja, normal. Wo ist los, Bruder? Mann, Alter, was ist denn das hier für'n Scheiß, du Hut, Bruder? Karsten, ich komm zu dir rüber. Der ist leckt so hart bei mir, keine Ahnung, was los ist, Mann. Neben dem Mengen-Gebäu in den Bricks-Haus ist absolut Party. Ja, ich hab aber nicht mal ne Schuhe, finde. 1 gegen 10 gemacht hast, Marcel, du weißt Bescheid. Bist du oben schon, Karsten? Nee, nee, ich bin auf den Shops unten. Okay, ich bin oben jetzt da. Ja, ich hol mir erst mal die Kiste hier, Digga. Boah, der leckt, Digga, holy... Boah, ich dachte, das ist nur bei mir grad gewesen, ne? Nix, Digga. Oben sind auf jeden Fall noch einige. Was heißt oben? Aha, Monte, das war's wohl wieder komplett. Hast du die da? Ich bin da bei dir. Ja, ich hab, ich hab, ich hab alle. Über uns ist ne Falle, zwei Etagen über uns. Äh, ja, oben ist noch Kiste. Und Marcel, brauchst du noch Schrotwinde? Nee, ich hab zwei. Ihr wär noch ne grüne AR oben, Jungs. Ja, die nämlich, ich hab ne grüne, da, baust du gerade da, ja, ne? Ja. Ja, ich dacht schon, Alter, ja. Okay, hier ist irgendwo ne Falle drin, oder was? Ja, ähm, ganz oben fast. Meine grüne AR kann ich gebrauchen, aber du hast die jetzt genommen, ne? Ja, auf meiner Etage liegt die. Ja, wir sind da, wir kommen. Ne Homo. Das ist noch ne Kiste. Vor dir liegt ein Slurphy im Unter. Den kriegst du, Marcel. Ah ja, Marcel, komm her, komm her. Hier vorne wird frisch gebaut. Ja, warte, nimm den, nimm den Slurphy, äh, kleinen auch. Und dann den Slurphy. Jungs, kommt ihr mit, bitte? Ja, ja, ich bin hinter dir. Die sind hier am Hallen gewesen, im kleinen Flur. Ich weiß nicht ganz genau, wo die sind. Aha. Du, du kleiner, dreckiger, du, insta-tot bei mir gewesen. Insta-tot, dann war er alleine. Ja, ja, insta-tot, ja, ja. Der hat hier richtig schön abgekämmt, der alte Ficker. Ich brauch unbedingt Teerstaff, Jungs. Ich hab ne Ding ins Medi, äh, für dich. Ich lege's hier an. Ja, geh mal an. Ich mein, mit mir die auf ihren Bruder. Hast du jeden gegeben, oder was? Ja, 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 ja. Der kriegt zwei. Der kriegt auch zwei Minis. So ne Camper-Sau. War wohl der letzte, äh, der ist einfach ungelootet. Sind schon Weihnachten. Ey, Digga, der Keller ist echt fast nie ungelootet, ey. Jackpot. Die andere Donation lese ich natürlich gleich vor, Freunde, easy. Ja, du spielst du gerne in Burst, weil hier ist ein blaue. Äh, ja, komm, danke. Boah, Digga, jetzt muss ich mich, jetzt kann ich mich schon entscheiden, Digga, what the fuck, man. Jackpot, ey? Digga, ich hab hier richtig Jackpot. Ähm, ich geh, Jungs, ich geh unten kurz im Untergrund. Er ist schon als Shotgun-Setter-Bild, jemanden. Schüsse auf mich, weiß ich von wo, oben vom Hill, glaub ich. Oder Pumpkin und die neue. Jungs, Schüsse auf mich. Ja, ja, von wo? Ja, willkommen. Ich weiß es nicht, oben vom Hill, tippe ich von, äh. Ja, da oben, auf. Ah, zurückzug, rückzug. Main oder, oder hoch aus? Marcel, komm mal zu mir. Warte mal, Digga, ich hab absolut gerade gelitten. Ich, 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 ich bin One-Shot, Alter, okay. Er ist runtergesprungen zu euch. Zwei Stück auf den Weg zu euch. Hab einen down. Jetzt komm, das liegt an dir, Marcel. Oh, Monte Fiki, bitte. Ich bin noch zu weit weg. Oh mein Gott. Nice, Marcel, ich liebe dich. Oh, okay. Sorry, Jungs. Ich hab gedacht, die wären dicks gewesen. Ich hasse die Säule, ich bin so links, rechts, immer so ganz leicht gepiegt, Alter. Ja, ich hab's gesehen, Mann. War nice. Ich hab, ich hab einen guten Schuss verteilt, mehr ging nicht. Ich hab alle, warte mal, ich muss selber das Medi-Kid. Warte, 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 wir machen das so. Danke, Jungs. Achso, Marcel, hast du was zum High, Marcel? Ich hab ein Medi jetzt genommen, ja. Hast du Blue Life noch? Äh, nee, nee. Ich hab zwei Minis noch. Ich hab noch zwei Minis. Ah, gut, okay. Ich nehm das Medi-Kid deinen Dingens, hau mal die zwei Minis rein, Marcel, und den dann noch, dahinter, ja. Jo. Nice, Digga, nice. Dann haben wir ein gutes Setup wieder. Alter, Digga, das liebe ich halt am Blitzen, ne. Du bist meistens so full-schilled. Das ist nice, Mann. Wobei die Gegner natürlich auch dann noch full-schilled. Ey, irgendjemand hat meine Lina in den Pumpgarten geklaut. Monta, jetzt will ich doch schon wieder bei dir im Stream leuchten. Digga, hast du das mit Absicht gemacht? Ich sag, warum lachst du so? Ja, behalt sie. Ja, nein, wir gehen, nein, wir gehen. Oh, hier ist noch ein Big-Shieldy, Alter, nice. Jackpot. Alter, ich hab nochmal Big-Shieldy, Mann. Das kannst du bei Krieger einsenden, Digga, als Gastgeinplay, Carsten. Monta, hier ist ein Dingens, ein Medi-Kid, wo ich bin. Komm mal zu mir, damit du weißt, wo es ist. Wo, ja, stack du doch. Nein, nein, ich bin nicht. Ich bin einfach ein Lama, ne. Mitten in Tilt. Ach, sorry, ich hab keinen Klassen. Lama in Tilt, zeig her. Komm her, komm her. Mach doch nicht auf, Bruder. Mach doch nicht auf. Oh, ja, wehe, du nimmst dir da jetzt alles weg. Nein, 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 ich schwör, mach ich nicht. Das spawnt ja random, das kann, glaub, überall spawnen. Wo ist ein Lama? LOL. LOL. Das ist echt heftig. LOL, Digga. Das hab ich noch nie gehabt. Das ist, glaub, Jackpot, Alter. Ja, moin. Braucht noch jemand irgendwie ein Schild? Ich kann nichts mehr sagen. Hier ist noch eine blaue Automatik. Hat jemand noch eine kleine, äh, die ja... Ja, die kleinen kann ich nehmen. LOL, Digga. Mitten in Tilted einfach. Tilted, Tilted, ist auch fertig. Abonniert, Monta und Carsten, schau. Äh, Jungs, 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 beim Garten, Monta, ähm, Till, äh, Glockenturm, drei Stück. Ja, komm, wir sind bei uns hier hoch, ist gut. Jungs, Glockenturm, drei Stück. Kommt ihr? Ich hab einen gedauert schon. Noch einer unten. Einer ist links, auch neben dem Glockenturm im Haus. Ja, lass hier die Position halten erstmal. Ich hab halt keinen Tubes. Ja, ich push mal ein bisschen rüber. Nimm mich perfekte Position. Ja, ich flenk sie nur ein bisschen seitlich. Oh Gott, Carsten, das ist gut gemacht. Ey, geh noch da und einer genockt. Einer ist weak. Der müsste jetzt schon weiß sein, der ist jetzt 3x31, glaube ich. Ach, das war's wohl komplett. Mann, Baus geht's, oder was? Einer ist an der Seite weak. Da wird zugebaut, wir müssen pushen, Jungs. Ich push jetzt, ey. Die, 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 die healen sich. Komm, komm, komm. Ich komm. Hinter, hinter, hinter. Hinterm Haus? Ja. Oben, oder was? Hild neuner, Hild, ja, moin. Wo denn? habe ich noch mal genockt auch mal eine rampe bitte wenn ich aufstehe hier stellt ihr nein es geht hier nicht hier ich hab schon ich hab schon bist du was machst du denn da digga du hast die decke gebaut das war's komplett er baut über mir eine decke ich wusste nicht dass du es hier hin baust was soll ich machen alter ich hab ja wenn du mich jetzt dafür verantwortlich machst du was soll ich machen die decke ist ja nicht von alleine hingekommen oder sagst du mir du sagst bau dingens eine platte auf dem boden einfach eine platte auf dem boden du hast eine rampe gebaut gesagt deswegen dachte ich mach treppe und dann dingens und da konnte ich es da nicht hin bauen baust du mal eine rampe bitte egal du siehst es dann im video dass ich nichts dafür kann das war's dann komplett hat er mit absicht gemacht damit er ist die kills kriegt jetzt erzähle ich gleich ein snipe shot ich habe noch ein trampo marcel und fünf minis du hast du brauchst ding er komm mal her komm hermann hast du was zu dann hast du brauchst du was ich mache wir machen das so stell ich in die litte was irgendwie nice schnell das geht dann alter am trinken die ganze zunde macht auge ich liebe diesen dance mann ich habe keinen blick mehr aufnehmen okay warte mal ich hab's ich habe mir die ganze zeit rum oder den challenge ich glaube auch so ein scheiß sogar das ist nicht deine raketen sind oder der eine von denen ist auch so hinter mir hinter mir Marcel let's go Leute ihr habt ja gewonnen weil die einfach wack sind man, easy win Marcel, easy upload und